herzlich willkommen zum podcast demokratisch und farbenfroh mit themen aus menschenrechtsarbeit demokratiestärkung und zivil couragierter alltagskultur wir senden von der ostseeküste mecklenburg-vorpommerns aus über alles was die menschen in einer bunten deutschen gesellschaft bewegt eine gesellschaft die über ein breites spektrum von stimmen ideen und gesichtern verfügt menschen im ländlichen raum aus gemeinwesen in denen rassismus ausgrenzung und gewalt keinen platz haben unser thema heute weit verbreitete verschwörungsideologien und was man im demokratischen alltag als kritischer mensch dagegen tun kann das thema ist hochkomplex wir geben ihm deshalb folgende strukturierung zunächst gibt es erstens eine sachlich inhaltliche hinführung die einen prolog sowie einen einführungstext umfasst hernach kommen wir zweitens auf entscheidende merkmale von verschwörungs narrativen zu sprechen es folgt logisch drittens ein rekurs auf geschichte und verbreitung von wenn man so will beliebten verschwörungsmythen einige beispiele werden wir anführen so exemplarisch etwa die sogenannten protokolle der weisen von zion die konstrukte von reichsbürgerinnen ein knapper fokus auf geheimorganisationen die new world order oder den deep state auch der zwangsimpfungsmythos und die sektierischen tendenzen des kuren kult werden thematisiert in einem vierten komplex möchten wir prägende psychologische aspekte von verschwörungsideologien darstellen und dekonstruieren ein fünfter punkt der auseinandersetzung hebt auf die radikalisierung gefahr ab die durch die vorgetragene hysterie von lautstark auftretenden minderheitengruppen zunehmend latent wird und schlussendlich widmen wir uns sechstens den probaten gegen strategien im alltag also wie wir alle ressourcen orientiert und wirksam mit verschwörungserzählungen und ihren eiferern umgehen können hierzu werden wir den demokratieberater michael stark vom demokratiezentrum west mecklenburg der raa interviewen wir wünschen ihnen ein erkenntnisreiches höher erlebnis mit unserem podcast auch wenn es sich um ein thema handelt das viele ecken und kanten sowie fallstrecke in sich bürgt prolog schwerin ein als supermann verkleideter antihygieniker springt über die bühne einer querdenker demo in der landeshauptstadt mecklenburg vorpommerns es ist kalt mitten in der nacht die atmosphäre knistert hunderte menschen stehen im dunkeln sie sind gespannt voller erwartung heute abend treffen sie einen querdenker messias bodo schiffmann die corona pandemie hat zu diesem zeitpunkt die welt im wohlgegriff weit mehr als 2,5 millionen menschen werden aller voraussicht nach bis ende 2021 mit und an dem virus sterben bevor impfmaßnahmen global greifen und solange die pandemie nicht noch zusätzlich an exponentieller wachstums dynamik gewinnt die antihygienikerinnen in mv sind teilweise aus allen ecken deutschlands angereist sie tragen keine masken halten kein abstandsgebot ein sie husten und niesen provozieren journalistinnen an und werden rasch aggressiv wenn sie mit kritischen nachfragen konfrontiert werden eine gallionsfigur der verschwörungshysterikerinnen schwindel experte dr bodo schiffmann sowie der anwalt ralf ludwig fahren im bus quer übers land und sind auch in der siebenseen stadt präsent schiffmann wird per pullover auf druck für das verschwörungsnahe portal mutigmacher.org eine plattform wo etwa der tendenziöse kinderarzt eugen janzen die angst von eltern vor dem kindstod durch das tragen von masken schürt gefährliche aussagen und konstruierte meme der szene die sich wissenschaftlich nicht belegen lassen querdenker arzt schiffmann predigt auf social media kanälen davon die wahrheit jenseits der sogenannten mainstream medien zu suchen er erkennt die kurve 19 pandemie in ihrer gefahr für die menschen nicht an und steckt die schutzmaßnahmen der regierung für die bevölkerung in die schublade für zitat menschheitsverbrechen in sperinendes spricht schiffmann von frieden freiheit und demokratie er ist eloquent er weiß wie weit er gehen kann ihm ist bewusst welchen charismatischen einfluss er auf die menschen ausübt er kennt die grenzen des sagbaren welche die artikulierte meinungsfreiheit wahren muss damit sie die einzelnormen des strafgesetzbuch paragrafen 130 volksverhetzung und störung des öffentlichen friedens nicht tangiert andernorts hat er bereits davon gesprochen die demokratisch gewählte regierung in berlin abzusetzen sowie deren vertreterinnen vor untersuchungsausschüsse und tribunale zu zerren vom instrument demokratischer wahlen sprach er in diesem zusammenhang nicht im gegenteil er tritt als querdenkender polarisierer in erscheinung auf film mitschnitten des südwestrundfunks swr sagt schiffmann erregt zitat die maske ist der neue hitler groß und alle machen mit wie früher diese aussage legt nahe dass alle bürgerinnen in deutschland die zum schutz anderer bei maskentragen mitmachen wie in der ns-zeit und am hakenkreuz gleichgeschaltet worden seien schlussendlich bleibt stets ein gefährlicher interpretations spielraum in den gesellschafts diagnose und aufrufen einflussreicher wutbürger und verschwörungsideologen ein kritischer spielraum der nicht selten ein einfallstor für einschüchterung verunglümpfung bis hin zur gewaltverherrlichung sein kann mit unabsehbaren folgen auf einer anti corona maßnahmen demo im september 2020 in mainz hat der ehemalige afd politiker und landtagsabgeordnete stefan repple baden württemberg zum sturz der amtierenden regierung aufgerufen und zwar unter dem expliziten einsatz von gewaltmitteln so bleibt stets ein gefährlicher interpretations spielraum in den gesellschafts diagnosen und aufrufen einflussreicher wutbürger und verschwörungsideologen ein gefährlicher spielraum der nicht selten ein einfallstor für einschüchterung verunglümpfung bis hin zur gewaltverherrlichung sein kann in sperin kann man in dieser nacht den echokammer effekt von verschwörungs mystikerinnen erfahren in ihrer filterblase wollen die corona leugner und wutbürgerinnen nicht wahrhaben dass rechtsextremistinnen demokratieverächter rassistinnen und menschenfeinde die dieses land brennen sehen wollen bereits die gesamte protestbewegung unterwandert haben weshalb nun weil nicht sein kann was nicht sein darf und dabei zeigt uns die gewalteskalation der anti hygienikerinnen vom herbst 2020 in leipzig in erschreckendem maße wie schnell die aufgeheizte stimmung in puren hass in radikale enthemmung und in eine pogromatmosphäre umschlagen kann auch die stimmung in den sozialen netzwerken kocht über vor hass und engstirnigkeit dies reicht von der stets etwas grummeligen deutschen kartoffeligkeit und besserwisserei bis hin zu den terrorchats der rechtsextremen gruppe es zwölf enthemmte männer die über anschlagspläne und massaker an anders denkenden nach dem beispiel eines brandon tarrant im neuseeländischen christchurch schwadronieren auch sie ließen sich darüber aus dass die parlamentarische demokratie weg muss sie implizierten dabei bürgerkriegs ähnliche zustände in deutschland aber auch darauf mordanschläge auf politikerinnen zu verüben die sozialen netzwerke werden vor der bühnenblende kursierende verschwörungsnarrative zu digitalen brandbeschleunigern schlechte nachrichten tabu brüche und aus der hüfte geschossene lügen bringen klicks likes und aufmerksamkeit realität und plausibilität sind in aller regel komplexer als dass man diese in 280 twitter unicode zeichen plus diversen hashtags unterbringen könnte zudem stören zu viele worte den bunten bilderwasser fall des instagram feeds die realität ist selten so unbeschwert einfach wie sie sich in einem tik tok video darstellt die welt des 21 jahrhunderts zappelt in jeder sekunde und ist doch bewegungsunfähig eingekeilt zwischen kalenderweisheiten cat content food porn und parolen sektenhafte realitätsverweigerinnen populisten und rechtsextremisten gehen daran unter einsatz massiver propaganda die von latenter demokratieverachtung bis hin zum fanatismus reicht den freiheitlichen rechtsstaat zu unterwandern und die öffentlichkeit zu manipulieren sie legen die axt an die wurzeln demokratischer grundwerte und bestücken ihre digitalen katapulte mit drohungen hate speech und bullying gegen all jene die nicht ihrer meinung sind einführung in das phänomen der verschwörungsmythen früher dachten wir die erde sei eine scheibe dann haben wir sie besser kennengelernt ihre eigenheiten erforscht und herausgefunden sie ist eine kugel über die jahrtausende haben wir als menschen einen riesigen wissensschatz zusammengetragen auf dem wir nun unser aktuelles weltbild basieren einige dinge mögen wir noch falsch annehmen uns täuschen bis wir sie hoffentlich wissenschaftlich revidieren was jedoch noch immer bleibt sind ecken und kanten die wir nicht verstehen für die wir noch keine erklärung haben einer post aufklärungsgesellschaft basierend auf wissenschaftlichen erklärungsmodellen fällt es mitunter schwer ungereimtheiten einfach zu akzeptieren lücken zu lassen religionen liefern erzählungen die diese lücken überbrücken verschwörungsmythen auch verschwörungsmythen eint in ihren breit aufgefächerten erscheinungsformen eine enorme reduzierung von komplexität ganz gleich wie weit gesponnen das narrativ sich erstreckt ob konzentriert auf ein ereignis oder eine ganze reihe von vorfällen ein ganzes gesellschaftliches system die vielzahl tatsächlicher beeinflussbarer faktoren wird reduziert auf ein minimum auf eine simple erklärungskette die verständlich ist spannend ist dabei dass die logik einer solchen erklärungskette meist das pferd von hinten aufzäumt geschaut wird danach wem oder welcher gruppe könnte dieser oder jener umstand nützen wer profitiert eigentlich und dann wird nach vorn hin aufgerollt gewissermaßen im krebsgang wer ist mit wem vernetzt was könnte die strategie sein wie stellen die verschwören ihr unterfangen an unerklärliches wahrgenommene ungereimtheiten oder auch ungerechtigkeiten gibt es zur genüge diese können als ausgangslage dienen warum gibt es so viele kondensstreifen am himmel dienen flugzeuge nicht nur als getarnte werkzeuge zur massenvergiftung und manipulation wohin verschwinden all die kinder die jährlich vermisst gemeldet werden woher kommt ein infektions erreger wie kurve 19 und das ganze noch so plötzlich na klar denkt manche und rufen ihren mitmenschen zu seht ihr denn jetzt wie corona direkt mit dem ende unserer freiheit einhergeht es sind magische weltbilder die von den verschwörungsideologien bemüht werden rasch mutiert dadurch der demokratische staat der seine bürgerinnen schützen möchte zu einer menschenverachtenden diktatur vergleichbar ist die hysterie die 2020 21 eine sich latent radikalisierende minderheit von menschen erreicht mit der sogenannten scheppert skala oder der scheppert tonleiter vorgestellt 1964 von dem amerikanischen psychologen roger scheppert vernehmen wir diese so erzeugt unser gehirn die illusion einer unendlich ansteigenden oder abfallenden tonleiter die niemals die grenze des eigenen hörens überschreitet tatsächlich handelt es sich um eine akustische täuschung wir hören stets dieselben acht töne die immer gleiche oktave und dennoch löst diese tonale vorspiegelung falsche eindrücke bei den meisten menschen unwohl sein bis hin zur panik aus ganz analog funktioniert die psychologie von verschwörungsmythen die auf immer abstraktere diabolischere und mit den absurderer erklärungsmuster zurückgreifen welche hysterie erzeugen soll die erzeugte angst frisst dabei in der tat sukzessive den verstand der leute auf eine andere kategorische einteilung ist die zwischen gut und böse gut sind wir böse die anderen bedroht wird das gute und es gilt es zu schützen nicht nur ist dies eine sehr simple einteilung ohne abstufungen sie wird auch schnell gefährlich wenn aus genanntem schutzimpuls aktionen werden bei den corona leugner innen die sich in den letzten monaten in reaktion auf schutzmaßnahmen der in unserem falle deutschen regierung immer lauter öffentlich präsentiert haben zeigt sich wie schnell eine radikalisierung von verschwörungsideologinnen von statten gehen kann sehnt sich einen anhänger artila hildmann vor kurzem noch in einem beiläufigen kommentar nach ruhigem schlaf falls das robert koch institut einmal zitat abbrennen sollte so verging nicht viel zeit und ein brandanschlag auf das institut wurde tatsächlich verübt keine person kam zu schaden und doch ist dies ein alarm die radikalisierung von corona leugner innen ernst zu nehmen bei einer verschwörungserzählung passiert nichts durch zufall so zitieren wir alfred gerben von der universität greifswald es gibt immer eine kursalkette alles ist mit allem verbunden es gibt immer ein freund und feindschema und ein in sich geschlossenes weltbild das oft teil von apokalyptischen vorstellungen ist verschwörungsgläubige inszenieren sich als aufdecker verschwörungserzählungen sind oft auch ausdruck von kritik am herrschenden system indes woher rührt das wissenschaftler gerben hierzu in einem zeitungsinterview zitat die neoliberale globale kapitalismus logik hat viele verlierer produziert in verschwörungserzählungen finden sie eine gewisse form von selbstbestätigung ein verschwörungsgläubiger kann sich immer entlasten es gibt stets jemanden der die ursache für die eigene missliche lage darstellt nach dem prinzip klandestine kräfte sind verantwortlich für situation xy psychologisch ist das selbst entlastungs prinzip der betroffenen höchst wirkmächtig die durchaus berechtigten anliegen zum beispiel von sozialer deklassierung und marginalisierung bestimmter gruppen verschwimmen mit diesen verschwörungselementen woraus dann etwas wirres entsteht was man derzeit in berlin oder bei den anti corona maßnahmen protesten in anderen städten erleben kann in der tat gefährdet ein demokratisches sowie ökonomisches system das zu viele gesellschaftliche verlieren produziert die basis seiner eigenen legitimation und existenz wiederkehrende deutungsmuster und merkmale von verschwörungserzählungen michael butter professor für amerikanische literatur und kulturgeschichte an der universität tübingen unterscheidet verschwörungsmythen an der position der angeblichen verschwörer haben sie bereits macht und kontrolle stehen sie gesellschaftlich oben und manipulieren ihre ahnungslosen untergebenen oder handelt es sich um eine verschwörung von unten von gruppierungen die eine machtübernahme anstreben aber noch nicht dort angekommen sind historisch gesehen kam im späten 18 bis mitte des 20 jahrhunderts die populärsten angeblichen verschwörungen von unten man verdächtigte freimaurer jüdinnen sozialistinnen und liberale eine machtübernahme sollte um bei diesen beispielen zu bleiben mit allen mitteln verhindert werden zuvor war es anders präsident lincoln und die gegner der sogenannten slave power verschwörung in den usa bitterten eine gigantische verschwörung radikaler sklavenhalter hier wurde eine konspiration von oben von den herrschenden eliten der südstaaten unterstellt laut butter sind oben und unten eng verknüpft mit innen und außen kommen die verschwörerinnen von außen bedrohen die eigene gruppe drohen diese zu unterwandern und zu übernehmen oder kommen sie gar schon von innen infizieren mehr und mitglieder einer gesellschaft man merkt schon an diesen charakteristika wie stark verschwörungserzählungen auf klaren differenzierungen von gruppen basieren gewissermaßen nach der bewährten alten sündenbock logik wird dabei die innere organische einheit durch verschwörungen von außen perpetuiert und musterhaft verstärkt interessant ist es sich einmal das menschenbild anzuschauen das oft hinter so vereinfachenden erklärungen steckt normalerweise spielen solche unmengen von faktoren zusammen bis sich das auf der meso ebene verfügt was wir gemeinhin realität nennen dem einzelnen menschen ist eine willentliche einflussnahme wenn nicht gar lenkung des gesellschaftlichen geschehens so gut wie unmöglich bemühungen etwa in der internationalen entwicklungskooperation demonstrieren dies immer wieder aufs neue selbstwirksamkeit im kleinen im individuellen bereich jedes menschen ist erwiesenermaßen wichtig für uns als einzelner je größer und vielschichtiger die prozesse werden die auf unser alltagsleben wirken desto weniger ist der direkte einfluss einzelner faktisch möglich dies mag frustrierend sein wenn man jedoch die geschichte umdeutet geschehnisse auf einzelne faktoren wenn ich da einzelpersonen zurückführt dann bedeutet dies im unkehrschluss auch dass diese geschehnisse vielleicht wieder rückgängig gemacht werden können das wiederum gibt mut und es erhöht die subjektive resilienz das selbstwirksamkeitsgefühl sowie die stabilität der eigenen identitätskonstruktion im hier und jetzt und das macht verschwörungsnarrative so erfolgreich drittens historische beispiele im folgenden wollen wir von sieben populären verschwörungsideologien erzählen 3a wir beginnen mit den sogenannten protokollen der weisen von zion einer der verhängnisvollsten und erwiesenermaßen frei erfundenen verschwörungserzählungen behauptet wird dort das schriftstück die protokolle der weisen von zion würde die rede eines rabbinas wiedergeben der auf einem geheimen treffen des in anführungszeichen internationalen judentums über fortschritte auf dem weg zur imaginären weltherrschaft informiert dieses schriftstück gibt es tatsächlich es ist ein hoch manipulatives gefälschtes machwerk es beschreibt in grausamer form die methoden mit denen eine sogenannte jüdische weltherrschaft angestrebt werde allerdings entfaltet sich die aufdeckung seines ursprungs als ebenso makaber ganze passagen der protokolle wurden aus einem anderen buch abgeschrieben und zusammengeführt um jüdinnen und juden zu diskreditieren und eine legitimation für ihre verfolgung aufzubauen das buch auf dem dieses hass getriebene plagiat beruht ist eine satire des französischen schriftstellers maurice jolie aus dem jahre 1864 jolie kritisiert in einem fiktiven dialog zwischen machiavelli und montesquieu die französische monarchie dafür saß er eine zeit lang in haft umstritten ist bis heute wer die protokolle zusammengeschrieben hat und wann in der russischen presse wurden sie 1902 zum ersten mal nachweislich erwähnt in deutschland 1919 zwei jahre später entdeckte die zeitung times die fälschung auf eine ausgabe von jolis buch war gefunden worden in welcher passagen markiert waren die mit dem text der protokolle identisch waren die kopierten passagen jedoch wurden in den protokollen in eine geschichte eingebettet deren protagonisten nicht mehr machiavelli oder montesquieu waren sondern das in anführungszeichen internationale judentum die beschriebene handlung sollte zu einem überfluss des nachts auf einem friedhof spielen es geht wohl kaum effekteischender es ist offensichtlich dass das ursprüngliche ziel dieser geschichte eine diskreditierung der jüdischen menschen sein soll die sich gegen den russischen zaren stellten im laufe der geschichte wurden die protokolle jedoch immer wieder für neue zwecke zur verfolgung jüdischer mitbürgerinnen und übelster progrome verwendet dies im besonderen auch nachdem die fälschung offengelegt war adolf hitler und die nationalsozialistische apparatur des massenmordes an jüdischen menschen griffen auf diesen text zurück und instrumentalisierten diesen um dergestalt ihre grausamen menschenverachtenden taten zu rechtfertigen es bleibt unbegreiflich wie ein so offensichtlich gefälschtes dokument über so lange zeit und in solch großen rahmen immer wieder als ernstzunehmendes schriftstück gehandelt wurde niemand wird abstreiten können dass sich hier nicht um eine belanglose verschwörungserzählung handelt sondern dass grausame taten auf basis dieser in die welt gesetzten erzählung passierten noch heute wird das dokument von gruppierungen reproduziert und als bare münze verstanden ein beispiel dafür ist das rechtsextrem antisemitische schlagwort zog aus dem englischen für zionist occupied government welches eine jüdische unterwanderung und geheime beherrschung einiger regierungen vor allem aber der us-regierung annimmt die daraus resultierende rhetorik ist höchst aggressiv und auf einen kampf gegen alle jüdische kultur ausgerichtet 3b die mondlandung war ein fake schattierung des deep state sowie die funktion toxisch aggressiver scheinwahrheiten wir machen weiter mit einem echten evergreen wurde die mondlandung in hollywood nachgestellt waren bus aldrin michael collins und neil armstrong niemals auf dem erd trabanten spätestens seit peter heimes thriller unternehmen capricorn aus dem jahr 1978 wo tatsächlich dunkle regierungsmächte die überlegenheit der usa durch eine gefälschte mondlandung gegenüber dem ostblock wahren wollten spuken die bilder von springenden schauspieler astronauten an gummiseilen vor black screens durch die köpfe mancher phantasten die mondlandungsverschwörung zählt seit 1969 zu den top ten der verschwörungsnarrative sie bringt auch alles mit was das conspiracy-genre auszeichnet erstens eine klare gut böse dichotomie zweitens eine heldenerzählung die die sogenannten wissenden von der zitat kulissenherde der ignoranten schafe abhebt drittens eine mächtige gruppe von geheimdienstlern den vertreterinnen von funktionseliten militärs und beamten auch deep state genannt die sich heimlich verbündet haben um die macht im jeweiligen land zu übernehmen viertens überhaupt das streben nach der weltherrschaft welches ob kurz oder lang stets mit dem verdacht dunkler machenschaften um freimaurer zirkel jüdische geheimgruppen oder den illuminaten orden assoziiert ist fünftens was aber ebenso deutlich wird ist der hang der ideologin an jeder ecke widersprüchlichkeiten und zufälligkeiten hinter den dingen umzuinterpretieren sich selbst als opfer darzustellen oder immun gegenüber wissenschaftlichen beweisen zu sein sechstens schlussendlich ein latentes unvermögen der conspiracy believers mit der komplexität oder multiperspektivischen lesart sowie mit heterogenen doch plausiblen deutungsmustern zur erklärung der weltzusammenhänge klar zu kommen dies gipfelt schlussendlich stets in der immunität der anhängerinnen einer verschwörung gegenüber wissenschaftlichen fakten ernst stuhlinger freund und mitarbeiter werner von brauns weist im hinblick auf verbreiterinnen und anhänger der verschwörungsmythe auf den mangel an wissenschaftlicher bildung als ein mögliches soziales motiv hin zitat the way to believe is short and easy the way to knowledge is long and hard der weg zum glauben ist kurz und bequem der weg zum wissen lang und steinig die schiere anzahl an behauptungen kann eine hohe beweiskraft suggerieren eine sorgfältige analyse abwägung und gewichtung der in vielen dieser behauptungen vorgebrachten argumente welche oftmals auf den ersten blick plausibel wirken erfordert und das eine nicht zu verachtende detailkenntnis technischer und physikalischer zusammenhänge es wird von den anhängerinnen des mond landungs fake phantasmas über schattenwürfe wehende flaggen die konsistenz des mondgesteins strahlenbelastungen oder inszenierte erdaufgang erduntergangsszenarien debattiert die scheinbar die echtheit des verschwörungsmythos belegen die sowjetunion indes die den flug von apollo 11 akribisch und mit hohem technischen aufwand überwachte wurde zum stärksten leumund für die meisterleistung des damaligen kapitalistischen klassenfeindes die mondlandung wurde von moskau niemals in zweifel gezogen die astronauten von apollo 11 die auf der schattenseite ihres ruhmes zeitlebens mit den harschen anfeindungen von verschwörungsmythologen konfrontiert wurden riss zuweilen auch der geduldsfaden bas olgin nach neil armstrong der zweite mensch auf dem mond zum beispiel in einem dieser szenarien als ihnen der verschwörungsfilm macher bart zibrill in einem interview als lügner beschimpfte ihn mehrfach aggressiv er verletzte auf keines von audrens abgewogenen argumenten einging audrens familie beleidigte und verlangte audren solle auf die bibel schwören auf dem mond gewesen zu sein beendete der damals 72 jährige das gespräch mit einem kinnhaken zibrill ging daraufhin genauso haltlos zu boden wie seine hemmsärmeligen ideologisch aufgeladenen konspirationstheorene 13 die cia steckt hinter den anschlägen vom 11 september 2001 ähnliche facetten eines einflussreichen verschwörungs narratives bieten die geschehnisse um die anschläge von 9 11 der vorwurf teile der bush junior administration hätten den befehl zur sprengung der türme des world trade centers selbst gegeben um einen anlass für den globalen krieg gegen den terror zu konstruieren das perfide verschwörungsideologische narrativ verweist auch auf wesentliche aspekte der psychologie mythen kanalisieren den von vielen zeitgenossen wahrgenommenen kontrollverlust in der modernen komplexen welt affekte der eigenen machtlosigkeit werden nicht etwa durch soziales engagement sublimiert sondern durch die narzisstische erhöhung des selbst kompensiert das kurzzeitig gute gefühl das eigene ich unter den wissenden zu wählen übertüncht die offensichtlichen widersprüche der verschwörungserzählung die süddeutsche zeitung berichtet dass bei aktuellen umfragen die von forscherinnen der us-amerikanischen universität von maryland koordiniert wurden folgendes herauskam im internationalen durchschnitt seien 15 prozent der befragten der ansicht dass die us-regierung die anschläge selbst veranlasst habe sieben prozent vermuten israel als urheber und weitere sieben prozent glauben an andere drahtzieher allein 23 prozent der deutschen verdächtigen führungszirkel der usa selbst sie sehen die schuld für die anschläge somit bei der us-regierung am eindeutigsten sind die ergebnisse des in kenya und nigeria dort halten 77 bzw 71 prozent der menschen alkaida für verantwortlich reflexionen die das böse beim staat oder einer regierung verorten finden sich dito bei einer reihe von dystopischen autorinnen und autoren ray bradbury schuf mit fahrenheit 451 erschienen 1953 eine ikone des science fiction romans ein buch über ein land in dem es verboten ist bücher zu besitzen oder gar zu lesen freies denken gilt offiziell als gefährlich und antisozial guy mondek der hauptprotagonist den später zweifel überkommen muss das zitat übel des kritischen wissens mit seinem flammenwerfer auslöschen fraglos eine horror vorstellung die politische führung des landes agiert offensichtlich autoritär menschliche bedürfnisse werden zur herrschaftssicherung unterdrückt das ziel staatlichen handelns ist es die bevölkerung ununterbrochen mit simplen mitteln vornehmlich shows und tv zu beschäftigen um individuation und hieraus folgende bedrohungen für das system zu verhindern der mensch soll abgelenkt werden die bürgerinnen sind infantil abhängig anonym und unmündig zwischen den polen herrschaft auf der einen seite und ihren mitmenschen andererseits hin und her gerissen letzteren gilt es vielmehr zu denunzieren als tragfähige beziehungen und empathie aufzubauen 3d reichsbürger im nächsten beispiel behandeln wir das phänomen der reichsbürgerinnen in deutschland die reichsbürger erkennen die bundesrepublik nicht als staat an sondern sehen sich weiterhin als bürgerinnen des deutschen reichs die logik auf der diese argumentation beruht spaltet die reichsbürger innen in eine vielzahl verschiedener gruppierungen deutschland ist noch immer besetzt behauptet ein teil darum würde weiterhin das besatzungsrecht gelten eine reihe von verträgen jedoch regeln klar die souveränität deutschlands spätestens seit dem 2 plus 4 vertrag aus dem jahr 1990 ist die vereinte bundesrepublik deutschland ein souveräner staat auch auf das grundgesetz wird sich bezogen dieses sei vom namen her schon keine verfassung und doch ist es als verfassung erstellt als solche anerkannt und hebt somit ganz klar die gültigkeit der weimarer verfassung auf einige vorgaben für die erarbeitung der verfassung wurden von den alliierten gegeben und so dann von mitgliedern des parlamentarischen rates umgesetzt eine durchaus verständliche vorgehensweise in anbetracht des erst vier jahre zurückliegenden endes des zweiten weltkrieges und es von deutschland verursachten leid als beweis schlechthin gilt ein im handelsregister eingetragenes unternehmen mit dem namen bundesrepublik deutschland finanzagentur gmbh hierbei handelt es sich um ein unternehmen des bundes das als zentraler dienstleister für die kreditaufnahme zuständig ist reichsbürger sehen oft aber noch ein zweites indiz zum beispiel in der bezeichnung personalausweis durch letzteren werde klar dass bürgerinnen der bundesrepublik angestelltes personal eben dieser firma sein immer wieder haben polizei und weitere behörden ihre liebe mühe im alltäglichen auseinandersetzungen mit bürgerinnen die sich weigern steuern zu zahlen sich auszuweisen bußgelder zu entrichten sich schlicht an deutsche gesetze zu halten in reichsbürger kreisen sind prepper und selbstversorgungsambitionen hoch im kurs und auch eine verbindung zur rechten szene ist stark ausgeprägt teile der reichsbürger ideologien halten an nationalsozialistischen führungspersonen des ns regimes fest und wünschen sich eine fortführung der damaligen zeit 3 e die new world order ein streiflicht auf geheimorganisationen oder der verleumderische staat der platt dieses konglomerats an verschwörungsmythen ist oft miteinander verwoben geheimgesellschaften wollen die krise ausnutzen und eine autoritäre weltordnung errichten oft im zusammenhang mit militärpräsenz dem zusammenbruch des finanzsystems und der abschaffung der bürgerinnenrechte die idee einer neuen weltordnung ist dabei ein beliebter verschwörungs und esoteriker mythos in rechtsextremen kreisen und besteht seit den 90er jahren zumeist sind in anführungszeichen die juden das feindbild je nach auslegung wollen aber sogar vampire außerirdische die menschheit versklaven auch reichsbürgerinnen propagieren wie wir erfahren haben eine neue weltordnung als gottfader des phantasmas gilt pet robertson ein einflussreicher ultrarechter evangelikaler prediger aus den usa er veröffentlichte 1992 sein buch the new world order am ende des unterwanderungsprozesses durch teuflische eliten stünde das ziel eine weltregierung zu errichten die in der folge vom antichrist angeführt werden würde das klassische bild finstere mächte wollen ergo erneut eine globale herrschaft etablieren eine art weltumspannende dictatorship of evil in der corona krise hat sich allerdings gezeigt dass ein solcher verschwörungs mythos keineswegs nur am ganz rechten rand der westlichen gesellschaften anklang findet die corona maßnahmen seien zitat ein beunruhigendes vorspiel zur schaffung einer weltregierung die sich jeder kontrolle entzieht hieß es beispielsweise in einem aufruf mehrerer katholischer bischöfe erzbischof carlo maria vigiano der initiator des appells italienischer geistlicher und emeritierter diplomat des heiligen stuhls verteidigte diese äußerung später gegen die massive kritik und betonte dass zitat projekt einer neuen weltordnung müsse entlarvt werden gefährlich rechtsextreme nutzen corona ängste für ihre zwecke vorrangig geht es bei den antihygieniker demos um die sogenannte verteidigung der grundrechte die während der corona pandemie eingeschränkt werden um die unkontrollierte verbreitung des virus zu verhindern aber im hintergrund mischen verschwörungs apologeten rechtspopulistinnen und radikale impfgegner mit sie treten auch als rednerin bei demonstrationen auch in schwierigen rostock oder neubrandenburg auf tatsächlich gibt es eine verbindung zwischen verschwörungsideologie und rechtspopulismus dies unterstreicht die zu der tübinger professor michael butter zitat beide lösen komplexe politische themen in einem gegensatz von licht und dunkel auf auf der einen seite die verschwörer beziehungsweise die eliten auf die in anführungszeichen plutokratie der zionisten auf der anderen seite die opfer der verschwörung oder das einfache volk zudem bergen die mythen starke antidemokratische elemente zum beispiel wenn sich deren akteure für zitat besser und wertvoller als andere menschen halten so etwa allein durch ihr elitäres wissen um die verschwörung oder wenn man den lauf der welt zu verstehen vorgibt respektive wenn man eine lösung für alle probleme parat zu haben scheint das wissen um die scheinbar eindeutig schuldigen für die gesellschaftliche oder eigene misere die die radikalen new world order anhängerinnen ständig markieren oder in den echokammern des web 2.0 regelrecht brandmarken ist dann oft lediglich eine vorstufe zur gewalt in zeiten von alternativen fakten fake news und ständiger überwachung sind die werke von aldous huxley oder john lanchester brandaktuell so beispielsweise wenn wir geheimorganisationen wie die rothschilds oder die freimaurer vor augen haben die den angeblich autoritären verleumderischen staat kontrollieren die welt der desinformation und der systematischen lüge die zum alltagsleben der menschen gehören wie das tägliche brot menschen die sich bereitwillig aufgrund ihres strukturellen sklaven daseins ins joch gebeugt haben sind wir bereits in haxleys schöner neuer welt angekommen eine welt in der mittels physischer manipulation der embryonen und föten sowie der anschließenden mentalen indoktrinierung der kleinkinder die menschen gemäß den jeweiligen gesellschaftlichen kasten geprägt werden kasten denen sie angehören sollen und die von alpha plus für führungspositionen bis hin zu epsilon minus für einfachste tätigkeiten reichen allen kasten gemein ist die konditionierung auf eine permanente befriedigung durch konsum sex und die droge soma die den mitgliedern dieser gesellschaft das bedürfnis zum kritischen denken und hinterfragen ihrer bestehenden weltordnung nimmt die regierung jener welt bilden kontrolleure alpha plus menschen die von der bevölkerung wie idole verehrt werden oder kapitulieren die regierung bei den herausforderungen der welt migration 19 klimawandel brexit wie es jüngst john nanchester in die mauer dem roman der stunde beschrieb in einem fiktionalen großbritannien gilt das gesetz des stärkeren das land ist von einer hohen mauer umgeben die von den bewohnern um jeden preis gegen eindringlinge verteidigt wird wachsende politische differenzen die kluft zwischen reich und arm gewinnerinnen und verlierern und die immer größer werden der angst in der bevölkerung vor einer unbeherrschbaren zukunft befördern den autoritären staat lässt diesen zu einem kraken werden dessen tentakel in jedes küchenfenster ja bis in unsere betten kriechen die erkenntnis es ist vor allem die mauer in unseren köpfen unser mangel an empathie der zu größten gefahr für das freie leben wird ein faktum dass unsere seelen verwandelt die zentrale dystopische tatsache inmitten von wind himmel mehr stahl beton und kälte die uns umgeben die anderen gegen die die welt des wirs in verschwörungs narratieren verteidigt wird erinnern uns an das mitgefühl und die solidarität von denen wir uns selbst zu sehr entfremdet haben die anderen das ist die humanität die wir endgültig zu verlieren drohen 3f zwangsimpfung durch die corona pandemie erhalten debatten um impfungen noch einmal großen aufwind ganz besonders die idee einer impfpflicht eines impf zwangs wird heiß debattiert und fügt sich ein in verschwörungs erzählungen dabei halten die wenigsten expertinnen eine solche pflicht für notwendig ernsthafte bestrebungen diese art gibt es in der politik nicht und die verteilung eines vor allem zu anfang potenziell knappen impfstoffes wird er zu einer strategischen herausforderung werden denn zu einer nötigung derer die sich davor sträuben konsequente impfgegnerinnen und zweifelnde impfskeptikerinnen jedoch vereinen sich auf sogenannten querdenken demonstrationen und protestieren vehement gegen regierungsmaßnahmen zur eindämmung der pandemie die dreisteste auslegung dieser proteste sei zuerst genannt markiert mit einem aufgenähten david stern laufen demonstrantinnen durch die straßen beschriftet ist der stern mit der aufschrift nicht geimpft damit setzen sich die trägerinnen mit im nationalsozialismus verfolgten jüdinnen und juden gleich und üben somit auf perverse weise eine verharmlosung des holocausts aus im gleichen atemzug von freiheit und selbstbestimmung zu sprechen ist eine frechheit nicht einmal für die weitaus ansteckendere maserninfektion gibt es in deutschland eine impfpflicht sondern lediglich eine nachweispflicht für den kitaplatz die eingeführten maßnahmen der regierung werden gleichgesetzt mit einem drohenden impfzwang krude werden die narrative ebenfalls wenn sich die verschiedenen skeptikerinnen hinter einem gemeinsamen feindbild versammeln wie beispielsweise von microsoft gründer bill gates oder gesundheitsminister jens spahn kill bill steht auf plakaten gibt gates keine chance in anspielung auf den slogan zur bekämpfung des aids virus geschmacklose witze oder gefährliche aufstachelung bill gates arbeitet mit seiner stiftung seit jahren an der verteilung von impfstoffen und warnte 2009 10 vor den gefahren sich global verbreiten der infektionskrankheiten qui bono fragen sich nun verschwörungsmystiker geeinigt hat man sich auf bill gates mikrochips will er ihrer meinung nach den menschen in impfungen versteckt einpflanzen und sie damit wahlweise kontrollieren und lenken oder ausrotten ein aus dem kontext gerissener kommentar gates zum anstieg der weltbevölkerung befeuert dieses narrativ ein feindbild ist gefunden 3g q annon das aktuell am kontroversesten diskutierte verschwörungsnarrativ ist zweifellos jenes um den klandestin operierenden q annon kult die q annon ideologinnen kleiden hier auf dramatische weise alte antisemitisch peorative verurteile in ein neues gewand theatralisch sowie bizarr eine satanische sekte globaler eliten soll seit dekaden kinder entführen aber der reihe nach der begriff q annon ist ein kompositum bestehend aus dem buchstaben q und der abkürzung annon von anonymous es geht zurück auf einen beitrag der 2017 in dem bevorzugt von rechtsextremen genutzten internetforum 4chan erschien und der von einem selbst titulierten patrioten mit sicherheitsfreigabe q unterzeichnet wurde diese formulierung wird im us-energieministerium verwendet der anonyme verfasser erweckt damit den eindruck er sei ein insider und habe zugang zu geheimen informationen mit seinen aussagen und postings den sogenannten q drops legt der verfasser respektive das kollektiv an verfasserinnen wie in einem adventure oder rollenspiel rätselfährten und hinweise aus eben diese erscheinen wie splitter einer größeren enthüllungs story das wirkt wie süßer honig auf die interpretinnen und apologetinnen der sozialen netzwerke millionenfach werden die satz und bedeutungsfragmente wie versatzstücke eines virtuellen puzzels immer wieder aufs neue kombiniert dunkle blut riefende zerrbilder entstehen jede und jeder kann am verborgenen kampf zwischen gut und böse teilnehmen zudem dreht sich bei q annon viel um die ins magische transponierte substanz des adrenochrom ein stoffwechselprodukt des adrenalins das im zuge klinischer studien zum verständnis der schizophrenie und deren behandlung bereits in den 1950ern näher untersucht wurde gewonnen aus den nieren betroffener kinder soll das adrenochrom als jungbrunnen wirken quasi als wasser des lebens ein experiment an dem weiland bereits johnny depp grandios scheiterte als er sich in terry jilliams film 4 lothing in las vegas an adrenochrom zu berauschen versuchte adrenochrom ist als reine synthetisierbare substanz als oxidationsprodukt des adrenalins übrigens über online apotheken verfügbar attila hildmann ken jebsen xavier naidu der selbsternannte volkslehrer nikolai närling der kompakt journalist oliver janich oder der sänger michael wendler stehen ebenfalls dem q annon kult nahe selbstverständlich teilen genauso verschiedene landesverbände der afd beiträge der q annon bewegung denn alles was den freiheitlich demokratischen rechtsstaat destabilisiert ist nach aussagen des ehemaligen pressesprechers der afd in berlin christian lüth gut für die alternative für deutschland accounts wie resignation ennen sorgen in der bundesrepublik für übersetzungen neuer entwicklungen zur erzählung aus dem amerikanischen betreiben digitale kampagnen und verbreiten die ideologische infrastruktur der bewegung hierzulande allein auf dem messenger dienst telegram sowie der website resignation ennen folgen den machern 130.000 personen der einflussreiche kanal global change tönt vor der bühnenblende q annons wie die ozeanischen totalitären newspeak ideologen in george orwells dystopischen roman 1984 der antisemitismus beauftragte der bundesregierung felix klein hält die kühnen bewegung für brandgefährlich und ein hort potenzieller radikalisierung da unter ihren anhängern auch gewalt als legitimes mittel gegen kritikerinnen gehandelt wird letzteren wird in den foren der bewegung offen mit verhaftung mit standgerichten deportationen und exekutionen gedroht interessant ausgerechnet donald trump soll der strahlende ritter und befreier sein die die machenschaften des kultes bekämpft um betroffene kinder vor mord und sklaverei zu retten wir befinden uns am ende des ersten teils unseres podcasts zu verschwörungsideologien im zweiten teil wird es um prägende psychologische aspekte von verschwörungsideologien gehen die mit großer wirkmacht auf ihre anhängerinnen ausstrahlen ein fünfter punkt der auseinandersetzung hebt auf die radikalisierungsgefahr ab die durch die vorgetragene hysterie die mit einer reihe von narrativen einhergeht bei lautstark auftretenden minderheitengruppen gefährlich wird und schlussendlich widmen wir uns einem sechsten punkt den probaten gegenstrategien im alltag also wie wir alle ressourcen orientiert und wirksam mit verschwörungs erzählungen und ihren eiferern umgehen können das war der podcast demokratisch und farbenfroh wir sind der übrigen überzeugung dass wechselseitiger respekt mitbestimmung solidarität selbstwirksamkeit fairness und empathie nicht lediglich schlagworte für sonntagsreden sind im gegenteil aus diesen begriffen wachsen die kreativen impulse und verantwortungsvollen handlungen die unser leben in gemeinschaft erst gelingen lassen wir freuen uns über den daumen nach oben und einen klick auf den abo button danke bleibt fair und aufgeschlossen zu und füreinander